Ich habe schon krasse Anstiege erlebt, aber nicht so. Also in drei Wochen sieben Allzeithochs bei Bitcoin. Teilweise vermeldet man ein Allzeithoch und ein neues ist schon im Verzug. Das ist doch vollkommen surreal, oder? Bitcoin steht kurz vor der 100.000 US-Dollar-Marke. Solana knackt endlich sein Allzeithoch und sogar totgeglaubte Projekte wie Cardano, Ripple und Stellaluna eskalieren plötzlich völlig. Das Stimmungsbarometer am Kryptomat steht auf extremer Gier. Wir schauen uns an, was diese Woche passiert ist und ob Gefahr im Verzug ist. Ja und damit herzlich willkommen zum Recap-Podcast. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir zugeschaltet aus der anderen Space Cabin ist mein geschätzter Kollege Daniel Hoppmann. Daniel, was geht dir bei dieser krassen Woche durch den Kopf? Ja, irgendwie ist es so ein Mischmasch aus Euphorie und Ohnmacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe schon irgendwie komplett vergessen, wie es sich anfühlt, in so einem richtigen Bullenmarkt irgendwie drin zu sein. Ich muss das Ganze irgendwie erst nochmal richtig verdauen. Ja, mir geht es genau so. Schneller, mehr, niemals genug. Bitcoin steht bei fast 100.000 US-Dollar. Solana beim Allzeithoch. Ripple ripped 70% in einer Woche. Stellaluna wussten die meisten überhaupt, dass es die Chain noch gibt. Haut einfach 110% raus. Cardano, Edera, Hashgraph, überall eine Richtung. Ab, ab, ab. Und alle DJs so. Ja, das fängt den Mut, glaube ich, gerade ganz gut zusammen, der im Kryptomarkt herrscht. Ich bin seit zwei Jahren hier bei BTC Echo und muss sagen, ich habe schon krasse Anstiege erlebt, aber nicht so. Also in drei Wochen sieben Allzeithochs bei Bitcoin. Teilweise vermeldet man ein Allzeithoch und ein neues ist schon im Verzug. Das ist doch vollkommen surreal, oder? Ja, absolut. Also ich meine, wir waren ja schon Anfang des Jahres mega bullish, als die Bitcoin ETFs in den USA zugelassen worden sind. Aber irgendwie war da noch nicht so dieses Gefühl der absoluten Eskalation. Das kommt jetzt. Aber es ist halt auch kein Wunder. Also Bitcoin hat jetzt einfach in den letzten drei Wochen den größten nominellen Anstieg seiner Geschichte verzeichnet. 30.000 US-Dollar in drei Wochen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, schaut man mal auf die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin, dann ist die Kryptowährung einfach fast so viel wert wie Google. Und das ist einfach schon mal eine Hausnummer. Also man ist fast das sechstwertvollste Asset der Welt, der Orange Coin rasiert einfach. Schön gesagt. Und ein Grund dafür ist natürlich auch BlackRock. Die meisten werden, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden BlackRock mittlerweile kennen. Der größte Vermögensverwalter der Welt rastet auch einfach komplett aus. Was Bitcoin angeht, seit Januar 2024 gibt es den Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock. Seitdem hat man 48 Milliarden US-Dollar an Bitcoin angekauft. Damit ist es mehr wert als der Gold-ETF von BlackRock. Der Pi mal Daumen, den es seit 2007 gibt oder 2005, ich weiß nicht, auf jeden Fall schon viel, viel, viel länger. Bitcoin hat etwas mehr als zehn Monate gebraucht, um denselben Wert zu erreichen. Und insgesamt halten alle zwölf Vermögensverwalter, die gerade einen Bitcoin-Spot-ETF anbieten, rund 105 Milliarden US-Dollar an Bitcoin in nicht mal einem Jahr. Das ist einfach geisteskrank. Ich glaube, man kann es einfach nicht anders beschreiben. Also ich meine, wir hatten uns ja alle schon große Hoffnungen ausgerechnet, dass die Dinger durch die Decke gehen. Aber was jetzt passiert, das ist einfach völlige Eskalation. Ich glaube, was da noch mit reinspielt, ist auf jeden Fall auch, dass der Optionshandel mittlerweile für die Spot-ETFs in den USA freigeschaltet worden ist. Schaut man sich mal die Performance vom IBIT zum Beispiel an, also dem Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock, dessen Optionshandel auch an der CME, also in Chicago an der Derivatebörse gestartet ist, dann sieht man einfach, dass da ein absolut riesiger Demand von Seiten der Institutionen, aber auch von normalen Tradern herrscht. Also am ersten Tag allein hat das Derivate ein Handelsvolumen von über 2 Milliarden US-Dollar aufgestellt. Das ist einfach geisteskrank für den ersten Tag. Aber gleichzeitig ist auch allgemein das Open Interest riesig bei Bitcoin. Also schaut man sich mal an, wie da so der Demand von Seiten der Trader ist, dann, glaube ich, stehen wir aktuell bei irgendwie 64 Milliarden US-Dollar an offenen Positionen. Also auf jeden Fall ein mega bullischer Indikator, dass es vielleicht sogar noch weiter bergauf gehen wird. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, Giacomo, wann glaubst du denn, fallen endlich die 100k, diese magische Marke, auf die wir jetzt schon seit Jahren hoffen, dass sie irgendwann fällt? Was glaubst du, was ist da deine Prognose? Meine Prognose ist gleich. Ich glaube, jetzt das Wort. Also vielleicht, bis dieser Podcast ausgestrahlt wird, um 17 Uhr oder wann ist das? Das kann gut sein. Wir waren vorhin echt knapp davor. Also, wenn ich das mal hier parallel aufmache. Mach das mal auf. Ich würde einfach sagen, jeder weiß, dass sie fällt. Und alle fragen sich, okay, wie hoch kann es danach noch gehen? So. Ja, ja. Also, ob das jetzt gleich ist, morgen, übermorgen, in zwei Wochen, die fällt auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, die eigentlich spannende Frage. Also, wie geht es denn danach weiter? Irgendwie so das Gefühl, dass, ich weiß nicht, das ist meine persönliche Einschätzung. Aber ich glaube, irgendwie nach dem Amtsantritt von Donald Trump könnte es vielleicht auch erst mal wieder ein bisschen runtergehen. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Bis dahin sind es ja auch noch ein paar Tage. Und ja, so lange kosten wir die Bullenparty weiter aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja nicht nur Bitcoin, der gerade absolut eskaliert, sondern der gesamte Markt. Vor allem Eincoin sticht da auch besonders hervor. Ja, das könnte auch ich gewesen sein in den letzten Wochen und Monaten hier in der BTC Echo-Redaktion. Solana, der Superdarling des Bullruns, hat jetzt endlich sein Allzeithoch geknackt. Und tatsächlich muss man sagen, gemessen an der Marktkapitalisierung, die ich ja auch viel relevanter finde, hat Solana sein Allzeithoch schon vor längerer Zeit hinter sich gelassen. Kürzlich irgendwie über 100 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile bei 122 Milliarden US-Dollar. Kurz zum Verständnis, Marktkapitalisierung beschreibt den Wert aller Coins zusammengenommen, die gerade auf dem Markt sind. Also, ein Solana ist 260 Dollar gerade wert. Und wenn man alle Solanas, die es gerade gibt, zusammennimmt, kommt man auf 122 Milliarden US-Dollar, was einfach fucking crazy ist. Das ist mehr als Nike. Und ja, das erklärt sich halt daran, dass auch immer wieder Solana hat so eine Art eingebauten Inflationsmechanismus. Das heißt, es kommen immer wieder, es werden immer wieder neue Token geunlockt und so. Also, der Supply steigt immer mehr. Und deswegen hat Solana eigentlich an Wert schon längst sein Allzeithoch vor längerer Zeit überflügelt. Aber jetzt auch im Preis. Und ja, die Prognosen dieses Jahr haben sich aus allen Richtungen, Influencer oder Vermögensverwalter wie VanEck immer wieder überschlagen. Also, es ist ein bisschen wie am Bazaar gerade. 350 US-Dollar, 500 US-Dollar, 800 US-Dollar, 1000 US-Dollar, 1350. Das sind ja gar nicht so lange Prognosen schon wieder. Ja, ich sag's dir. Und ich kann's nicht glauben. Also, gerade bei so über 1000 werde ich skeptisch, weil dann müsste man Ethereum flippen gerade. Du bist nicht bullisch genug, Giacomo. Ja, ich bin einfach nicht bullisch genug manchmal. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber es ist ja nicht nur Solana, was gerade pumpt diese Woche, ne? Ja, es sind ja vor allem auch die Dino-Coins, die pumpen. Also, Cardano, Stellar, Hedera und vor allem auch Ripple. You name it. Die Gains, die die einfach machen, geben mir einfach harte Meme-Coin-Vibes. Das sind zwischen 50 und 120 Prozent in einer fucking Woche. Das ist halt auch nicht zu glauben. Ja, ich hab dafür einfach keine Worte. Ich kann mir auch nicht erklären, woher das kommt. Also, Ripple irgendwie schon, ne? Aber alles andere, so Stellar, Hedera, Cardano. Ich hab auch gar keinen Plan, was bei den Projekten gerade abgeht. Giacomo, du meinst es irgendwie bei Stellar, da tut sich aber irgendwie was? Ich glaub, bei den allen tut sich was. Also, Cardano schelten wir ja, also, behandeln wir ja eigentlich hier echt ein bisschen nachlässig. Cardano hat irgendwie seine Roadmap fast abgeschlossen und ist technologisch so weit wie kaum ein anderes Projekt. Da geht halt einfach auf der Chain nicht so viel On-Chain. Aber das heißt nicht, dass es nicht ein Überpotenzial hat. Stellar Luna war bei mir auch so, dass ich da mal reingeguckt hab und so den Coin gesehen hab und gedacht hab, hä, den gibt's noch? Und dann hab ich mir angeguckt, was die so machen und die arbeiten zum Beispiel mit der UN an Flüchtlingshilfe für Ukraina, super erfolgreich, und mit Circle zusammen. Die haben verschiedenste Projekte, die integrieren sich wirklich auch in Ökonomien rein. Also, die sind am Start. Hedera Hashgraph ist halt so das Ding, ich nenn das immer den CIA-Coin, aber ist ja auch ein bisschen überspitzt, aber da sitzt halt gefühlt so ganz Amerikas Großkonzerne drin und ich glaube, die Typen, die das machen, bitte do your own research. Aber ich glaube, einer von denen war beim US-Verteidigungsministerium und so. Und der Coin hatte eigentlich immer schon riesiges Potenzial. Ich glaube, da findet jetzt einfach gerade eine Neubepreisung statt, auch so bei Projekten, die eigentlich über die Monate und Jahre delivered haben, aber so unter dem Radar geflogen sind. Und jetzt, wo der Bullenmarkt kommt, so, ja, Hedera ist eigentlich viel mehr wert, als es gerade ist. Das ist, was ich persönlich denke, warum das gerade so ausflippt. Ripple ist halt Ripple, keine Ahnung. Ich sage dazu ehrlich gesagt nichts mehr. Aber was sagt denn das Fieberthermometer des Kryptomarkts zu diesem ganzen Wahnsinn, der sogenannte Fear and Greed Index? Ja, also als ich eben nochmal raufgeschaut habe, stand er, glaube ich, bei 94 Punkten. Das ist eigentlich kurz vorm Herzinfarkt. Ich glaube, wir brauchen halt eine neue Skala, wenn es so weitergeht. Also es ist auf jeden Fall extreme Gier angesagt bei den ganzen Anlegern. Ja, und Stichwort Gier. Jacmo, du hast dich doch damit ein bisschen mehr beschäftigt zum psychologischen Aspekte, die wir so beim Trading immer mal wieder auftauchen. Nimm uns doch mal mit und erklär doch mal, ja, worauf man vor allem jetzt auch in solchen Marktphasen achten sollte, damit man, ja, seine Gier ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Also für mich persönlich ist es ja schon der dritte Bullenmarkt und zwei Bullenmärkte wurden mir durchkreuzt durch meine Gier. Deswegen an dieser Stelle bei dem Wahnsinn ein paar Worte der Vernunft. Es geht natürlich ab jetzt immer nur noch weiter nach oben. Wir werden den krassesten Pump aller Zeiten überleben. Bitcoin geht auf 500.000 US-Dollar, vielleicht schon nächste Woche. Natürlich nicht. Genau dieses Gefühl und dieser Vibe ist nämlich die Gier und ist typisch für Bullenmärkte. Wer 2017 dabei war, 2021 dabei war, hat das alles erlebt. Diese kranken Anstiege über kürzeste Zeit und dann halt auch dieses, das gab es jetzt auch schon eine Weile, aber das Influencer, Videos posten wie diese Altcoins werden 100x machen, am besten mit 30 Ausrufezeichen oder dass man auf Twitter liest, mit dieser Strategie, ich habe 400 Tage recherchiert und diese Strategie macht dich zum Kryptomillionär oder am besten natürlich der Klassiker komm in meine Gruppe oder dieser Meme-Coin wird der nächste Doge. Das ist so typische Bullenmarkt-Gier-Vibes und vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Und ich verspreche dir, bei unserer nächsten Begegnung wird mir diese Stadt zu Füßen liegen. Ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Das ist einfach. Ja, das war ich, glaube ich, 2017 oder 23. Das beschreibt, glaube ich, den Leidensweg vieler Anleger. Auch bei mir tatsächlich. Ich habe ja vor Äonen mal in Ripple investiert und habe den ganzen Kram dann irgendwann gehalten und hat es nicht übers Herz gebracht, das zu verkaufen, weil ich mir halt irgendwie immer sicher war, ja, irgendwann kommt der Rebound auf einen Dollar und dann werde ich aber alles los. Und? Stehen wir, glaube ich, bei 1,40. Und ganz ehrlich, ich glaube, die ganze Kacke kann auch noch weiter steigen. Kann auch. Also frage ich dich eigentlich, was ist denn falsch mit mir? Warum habe ich mich nicht unter Kontrolle? Falsch mit dir ist eigentlich nichts. Es kann ja auch sein, dass Ripple noch auf 5 Dollar, 10 Dollar hochgeht. Aber die Sache ist, du weißt es halt nicht. Und was gerade passiert, ist dieses typische Phänomen der Gier. Also ich habe einen Artikel geschrieben, der kommt morgen raus, 18 Uhr. Verzockt euch nicht im Bullenmarkt, warum Gier so gefährlich ist. Gier als Gefühl ist erstmal angetrieben durch Dopamin. Kennen vielleicht einiges. Neurotransmitter wird oft auch populär als Lusthormon bezeichnet oder besser Pleasure auf Englisch. Also Befriedigung, Glück. Wenn man Sex hat, wenn man Kokain nimmt oder eben auch, wenn man extrem viel Geld in kurzer Zeit macht, auch gerne im Casino, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und wer eine Erinnerung braucht, was Dopamin mit einem ganz normalen Menschen beim Investieren machen kann, hier nochmal Carlos Matos. Einige kennen ihn vielleicht von einem der größten Bullrun-Scams in 2017. BitConnect. BitConnect! Wow! Ja, das ist einfach dann... Ich liebe Krypto einfach. Also für diese ganzen Storys, das ist einfach jedes Mal ein Traum. Ja, wer die Story von Carlos Matos kennt, weiß, dass es eigentlich ein ganz normaler Typ war. Lehrer, weiß ich nicht was. Der Typ ist eigentlich voll der nette Kerl. Der hat am Ende halt dann wirklich auch alles verloren. Und das ist eigentlich echt traurig. Aber dieses Meme ist einfach... Hat die Zeiten überdauert. Ja, ich liebe es auch. Aber das Problem mit Dopamin und was, glaube ich, Carlos Matos und vielen und mir auch passiert ist, ist, dass Dopamin halt eine immer höhere Toleranz aufbaut beim selben Auslöser. Das heißt, wenn du Geld machst, hast du einen Dopaminschuss. Aber um denselben Dopaminschuss wiederzubekommen, musst du halt noch krassere Profite machen. Und das führt dann halt in diese Spirale, wo Leute ihre Gewinne nicht mehr mitnehmen, weil sie denken, oh, das kann ja noch auf 5 Dollar gehen oder anfangen, Gewinne... Habe ich alles persönlich gemacht, ne? Ihre Gewinne in irgendwie Meme-Coins zu schichten, weil der könnte ja 15x gehen. Nee, wahrscheinlich geht der einfach nur in den Abgrund, Digga. Und das liegt auch daran, dass Dopamin dann auch schnell zu so einer Art Tunnelvision führt. Das sind so verschiedene psychologische Phänomene, zum Beispiel Confirmation. Das klingt für mich aber alles so ein bisschen so nach typischem Suchtverhalten. Also was man jetzt auch so bei anderen Suchterkrankungen irgendwie sehen kann, seien es jetzt Drogen oder Spielsucht oder was auch immer. Aber es ist für mich dann irgendwie immer so ein bisschen die Jagd nach dem nächsten Kick oder wie würdest du das beschreiben? Genau, genau das ist es. Letzten Bullrun 2021 gab es auch so ein paar Storys von so Tradern, die übertriebene Gewinne gemacht haben und dann halt alles verzockt haben, weil sie halt einfach immer das nächste High brauchten und gar nicht mehr klarkamen und dann wirklich auch in der Psychiatrie gelandet sind. Und das ist halt der Extremfall. Also mir zum Beispiel ist das nie passiert. Ich glaube den meisten anderen Leuten nicht. Aber das zeigt, wie weit diese Spirale mit Dopamin gehen kann. Und was ich halt auch noch sagen wollte, ist halt wirklich diese Tunnelvision. Und ich erlebe das gerade auch. Das ist dieses, wir alle Menschen neigen zum Confirmation Bias. Das heißt, wir haben eine bestimmte Vorstellung, was passieren wird. Und wir nehmen vor allem die Informationen wahr, die dafür sprechen. Das heißt, wenn wir denken, hey, Bitcoin geht auf 250.000, natürlich, oder Ripple auf 5 Dollar, dann nehmen wir vor allem alle Meldungen und Nachrichten und alle Indizien wahr, die dafür sprechen und blenden halt fast alles. Ja, man macht sich das dann so ein bisschen zurecht. Man legt sich das dann so ein bisschen aus, dass es halt ins eigene Narrativ passt. Genau. Und das ist halt extrem fucking gefährlich. Und deswegen in dem Artikel morgen auch so ein paar Strategien, wie man seine Gier zähmt. Vielleicht auch kluge Exit-Strategien, an die man sich dann auch hält, Herr Hauptmann. Ja, da mache ich tatsächlich auch ein Video dazu. Also da sitzt gerade an einem Video dran für unseren YouTube-Kanal. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Da geht es jetzt weniger um das, was Giacomo gerade erklärt hat mit der Gier, sondern es geht halt mehr ein bisschen um ja allgemein so Exit-Strategien. Wie kann man denn so im Bullenmarkt seine Gewinne ins Trockene bringen? Und ja, es hilft mir auf jeden Fall, das Thema gerade auch ein bisschen zu lernen und ja, das dann vielleicht auch für mich selbst zu nutzen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Das Interessante ist ja, dass man das rational verstehen kann, so wie du, und emotional trotzdem nicht klarkommt. Deswegen ist es gut, wenn man sich vorher Ziele macht und egal wie hoch Ripple schießt, einfach beim Ziel aussteigt oder zumindest Gewinne mitnimmt. Du musst es dann halt auch übers Herz bringen und dich dann auch wirklich auch dran halten. Das ist halt die Krux an der Sache. Also, wenn ich dann sehe, okay, Ripple ist jetzt schon bei, keine Ahnung, 1,40, dann juckt es einem natürlich irgendwie schon in den Fingern, aber auf der anderen Seite denkst du dir halt, es könnte halt auch noch weiter steigen, ne? Und das, das ist dann halt so ein Teufelskreis. Das ist auch, in der Psychologie gibt es da einen Begriff für, der heißt Loss Aversion. Das heißt, 100 Dollar zu gewinnen tut nicht so gut, wie die Vorstellung, 500 Dollar zu verlieren. Verstehst du, was ich meine? Okay. Ja, also die 100 Dollar auszucashen. Das musst du doch mal ein bisschen genauer ausführen. Ja, das ist genau das, Loss Aversion. Du hast, unser Gehirn ist so gepolt, dass die Vorstellung, wenn wir jetzt 100 Dollar auscashen, wir unter Umständen 500 oder 1000 Dollar möglichen Gewinn, der jetzt gerade noch gar nicht existiert, verlieren würden, ist stärker. Ja, verstehe. Also, dein Gehirn arbeitet eigentlich immer gegen dich beim Investieren und deswegen ist es wichtig, dass man auf die Vernunft hört, auch wenn jetzt alle Korken knallen. Ja, ich würde sagen, Halleluja, oder? Ja, Halleluja. Das ist auch mal eine vernunftvolle Ansprache deinerseits. Genau, liebe Zuhörer und Zuschauerinnen, liebe DJs, genießt die Euphorie, aber verzockt jetzt nicht alle eure Gewinne. Was glaubt ihr, wann Bitcoin die 100.000 US-Dollar knackt? Schreibt es uns in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns wie immer unter podcast.wtc-echo.de Bis in sieben Tagen und macht's gut. Wir wollen an dieser Stelle noch unseren geliebten SEC-Chef Gary Gensler verabschieden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, er hat am Donnerstag gestern offiziell seinen Rücktritt bekannt gegeben. Gary, es war nicht immer einfach mit dir, aber irgendwie werden wir dich trotzdem vermissen. Mach's gut. Hermann. breakthroughat Saint ich liebe dich haltend, Bis zum nächsten Mal.